Musik Ich bin Daniel Trumbull von der Lauten Kompanie. Wir sind ein Berliner Barockorchester. Wir wollen in den Kontakt treten mit anderen Traditionen, und wollen sehen, wie das unser Musikverständnis bereichert. Wir stellen die Barockmusik und die indische Musik vor und versuchen etwas Neues zu kreieren, das beide Traditionen vereint. Das war eine der größten Erfahrungen für uns. In der Grunde, was wir als ein Experiment begonnen hat, über die Woche herausgefunden hat eine Expression, und jetzt ist es eine Erfahrung. Ich und Kalaji haben eine neue Komposition gemacht, exclusively for this concert, called Indie. Indie also means a collaboration with India and Germany. I'm extremely thrilled to be here and working with the Lawton Company and Jayanti Kummeresho is a fantastic Vena player. I've worked on a lot of projects, but I have never worked with Baroque music. So this is a first for me. And I'm so glad that, you know, we have so many similarities between Indian classical music and Baroque music because both have improvisational interpretations. I think it's a very nice project that maybe a step is going to do, this music and our whole discourse to dekolonialise and to create something interesting and new. Indian classical music being 5000 years old. So everything together, we're covering the whole gamete of probably civilization. We couldn't ask for better. Leanne Conklin . You Applaus